Bei der Hallwachs Sanitärheizung GmbH in Eichwald erwartet Sie Top-Qualität aus Meisterhand. Unser Familienunternehmen wurde 1984 gegründet und seitdem werden Ihre Bauvorhaben nach persönlicher und kompetenter Fachberatung mit kreativen Ideen stets professionell umgesetzt. Neben sämtlichen Tätigkeiten eines innovativen Heizungs- und Sanitärbetriebes sind wir besonders auf dem Kesseltausch bei Öl- und Gasheizungen sowie auf Badsanierungen spezialisiert. Ebenso zuverlässig werden Blecharbeiten wie zum Beispiel Verkleidungen von Dachgauben und Giebeln sowie Kaminverwahrungen und Mauerabdeckungen in handwerklicher Perfektion ausgeführt. Auch anfallende Reparaturen und Wartungsarbeiten im Bereich der Haustechnik erledigen unsere erfahrenen Mitarbeiter mit Links. Hallwachs Sanitärheizung ist Ihr seniorenfreundlicher Fachbetrieb. Wir freuen uns auf Sie!